Ansprechangst ist auch von der Evolution her gut begründbar, denn stell dir vor, du hast früher mit 50 Leuten in deinem Dorf zusammen gelebt, dann gab es halt nur drei heiße Frauen und wenn du es bei einer von der verkackst, dann erzählt dir das den anderen beiden und dann bist du raus. Und du kannst auch schlecht zum Nachbarstamm gehen und sagen, hier bei uns habe ich es verkackt, kann ich bei euch mitmachen und eure drei heißen Ischen abgreifen, dann wurdest du schnell mal am Marktplatz, wenn es den schon gab, aufgeknöpft.